Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Hollywoodstar Tim Roth, Pulp Fiction, trauert um seinen Sohn Cormac. Er sei im Alter von nur 25 Jahren nach tapferem Kampf an Krebs gestorben, teilt die Familie mit. Los Angeles Cormac Roth, der Sohn von Schauspieler Tim Roth, 61, Pulp Fiction, Der Planet der Affen, ist mit 25 Jahren an Krebs gestorben. Sie hätten ihren wunderschönen Jungen nach einem tapferen Kampf gegen Krebs verloren, teilte die Familie am Montag Ortszeit mit. Laut der Mitteilung, die der deutschen Presseagentur vorlag, war Cormac bereits am 16. Oktober gestorben. Der junge Musiker sei außergewöhnlich begabt und voll von wilder und ansteckender Energie gewesen. Er hatte eine Hochschule im US-Staat Vermont besucht. Cormac stammte aus der Subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.